Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Stranded Alien Dawn. Ein Spiel, das gerade erst rauskam am 12. Oktober im Early Access. Ich bin sehr gespannt. Das ist quasi, ja, ich muss den Vergleich ziehen, weil einfach der Vergleich, ja, sehr treffend ist. Winzold in 3D. Ich hab's heute Morgen bei Hirnsturz gesehen und ich konnte nicht anders. Ich hab sofort meinen Partner überredet, das Spiel jetzt kaufen. Äh, ja, und hier sind wir. Ich würd sagen, wir starten direkt mal rein. Need a hand. Ähm, noch leider noch auf Englisch. Ich hoffe, das wird noch irgendwann auf Deutsch übersetzt. Bin mir aber nicht sicher, ob das so ist. Also wir könnten, hier seht ihr, es gibt auch Tutorials. Ich möchte aber eigentlich einfach gerne rein starten. Falls man merkt, wir haben Probleme, können wir ja immer noch zwischendurch mal das Tutorial anschauen. Aber ich möchte eigentlich rein, also jetzt nicht. So, wir haben bisher nur das Szenario Crash Landing. Ich nehme an, da so ein bisschen wie Wimbert. Wir stürzen ab auf irgendeinem, ja, zufällig generierten Planeten. Haben ein paar kleine Ressourcen zur Verfügung und fangen dann da an mit, wir sehen es hier mit vier Passagieren. Unsere Mission ist, find a way back to civilization. Ja, also wir können davon ausgehen, wir sind da erstmal Muttersehen allein. Region ist Sobrius, Temperate Mountainous Area with Large Medos. Na, das klingt doch gar nicht so schlecht. Moon Concordia. This is too short path. Concordia is a goddess of balance, of holding on and letting go. Okay, eine Göttin der Balance. Sehr schön. Wir spielen auf Medium, würde ich sagen. Es gibt auch Random, Easy, Medium, Hard. Nö. Wir nehmen Medium, da haben wir hier, seht ihr ja, wir haben verschiedene Sachen dann am Anfang. Hier haben wir ein paar First Aid Kits, Emergency Evations, also Essen nehme ich mal an. Eine Laserpistole und Scrap Metal. Okay, klingt doch gut. Der Seed meiner Nurse haben wir hier. Wir können irgendwas eingeben. Oh, wisst ihr was? Ich gebe mal Saigo ein, den Namen meines Katas. Confirmed. Mal gucken, was dabei rauskommt. Game Rules. Ähm. Overqualified. Survivor Skills are set to 10. Okay, hier würden wir mit Level 10 schon anfangen. Oder are set to 0, regardless if you have effects and trades. Ähm. Set to 10. 6 if independent, 0 if in... Ich weiß es nicht. Muss ich davon was... Ich mach mal einen Non. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon gern hätte. Und weil es hier schon so ist, lass ich es auch so. Okay, next. Hier können wir ein Team auswählen. Ich würde gern die erstmal rausnehmen, die hier schon drin sind. Wir kriechen die wieder raus. Ähm. Remove. Achso, einfach doppelt Klick. So. Also, das sind die ganzen Leute, von denen man wählen kann. Wir haben hier wirklich... Also, wenn ihr mal guckt, rechts. Zum einen haben wir hier... Hier steht ein bisschen was. Die haben einen Alter. Die wäre zum Beispiel weiblich und 62. Ranchfulmate. Trades haben die auch. Calming. Also, sie ist sehr ruhig. Ach nee, sie kann andere beruhigen. Das ist aber schön. Compestinate und Slowpoke. Movementspeed ist die Craze bei 25%. Sie ist die Mutter von Lara. Also, wenn wir die mitnehmen würden, hätten wir Tochter und Mutti. Das wird ja bestimmt gefallen. Mit Mutti auf dem Planeten fest sitzen. Oh Gott. Und dann sehen wir hier. Das ist dieses Rymberg-like. Ähm. Wir haben hier zum Beispiel Erfahrungen. Also, die haben bestimmte Erfahrungen schon. Die hat ein bisschen Koch, ein bisschen Crafting, Farming. Aber alles so... Na. Ich glaube, da kriegen wir was besseres. Er hat zum Beispiel schon Combat Level 6. Das ist natürlich schon ziemlich genial. Der kann gar nicht kämpfen. Das hatten wir bei Wimbert auch. Dass sie es teilweise gar nicht können. Ist aber sehr intelligent hier mit 5. Edmund ist so ein bisschen aus allem. Healing und Intellekt hätten wir da. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Gucken ein kleines bisschen. Das ist auch... Ähm. Die können natürlich ihren Skill auch noch, ja, weiterentwickeln. Das geht auch. Emeline Combat Farming. Oh je. Die hat Construction. Das finde ich gar nicht schlecht. Warte mal. Nee, die war es nicht. Welche war es denn gerade? Bei irgendeiner hatte ich doch hier gerade Construction. Man muss ein bisschen aufpassen. Wenn man drüber geht, sind sie gleich wieder weg. Physical. Was macht denn Physical? Ability of the Survivor. It affects the speed with which the survivor performs activities such as scavenging, mining and cutting. Oh, das ist nicht schlecht. Der hat auch einen guten Intellekt. Oh, das wird schwierig. Oh, Huntai. Das wird sehr schwer. Wir müssen uns irgendwie... Jack hat sieben Endings und auch Physically. Ganz ehrlich. Jack, du bist an Bord schon mal als Kämpfer. So. Dann hätten wir das schon mal. Die ist sehr gut im Crafting. Ich hätte auch auf jeden Fall gern Healing dabei. Hier, Healing and Intellect. Katina. Vielleicht. Merken wir uns mal vor. Combat brauche ich jetzt nicht nochmal. Wir müssen auch natürlich damit rechnen, dass wir angegriffen werden. Dass da feindliche Fauna vorliegt. Also mit sowas müssen wir einfach rechnen. Hm. Farming und sowas. Haben wir jetzt schon einen, der cooking kann? Nee, ne? Ich hätte gern irgendjemand hier mit ein bisschen Cooking-Erfahrung. Gar nicht. Da zwei. Ich suche mal gerade gezielt nach Cooking. Zwei. Zwei. Da drei Cooking. Okay. Und sonst noch einen hohen Intellekt. Bisschen Crafting. Sie kann gar nicht heilen. Sowas finde ich immer doof. Oh, warte mal. Die hier ist vielleicht noch besser. Crafting. Die hat auch Interest. Also da wird sie immer besser. Aber keine Construction. Also die könnte nichts bauen. Die Yoko Dukuchi. Aber halt cooking and crafting. Hm. Und Sander. Hm. Wir werden auch im Spiel noch Charaktere kriegen. Da müssen wir auch keine Angst haben. Also da kommen auch noch Leute dazu. Vielleicht auch lieber ihn hier. Warte mal. Bei ihr ist es. Guck mal. Crafting Intuist. Aber vielleicht. Guck mal der hier 3-2 unkommen wird. Was natürlich nicht schlecht ist. Ist da was? Vielleicht nehmen wir lieber ihn hier. Yoko nochmal. Huch. So. Und dann können wir jetzt noch. Was haben wir noch nicht? Wir haben Healing. Ein bisschen Intellekt. Wir haben Combat und Physical. Wir haben Cooking und ein bisschen Craft. Naja crafting ist irgendwie noch sehr wenig hier. Der wäre richtig gut in crafting und in construction. Komm. Der Grayson. So. Die Frauen sind jetzt hier ein bisschen in Unterzahl. Was könnt ihr denn sonst noch? Also Sniper A. Und Intimidating. Hm. Hm. Making them feel anders. Okay. Ähm. Arvid Carpenter. Vielmal Work Speed. Wenn Crafting and Constructing Stuff. Oh. Das ist ja geil. Also wenn man mit Holz arbeitet, ist der vielmal schneller. Und Movement Speed ist leider ein bisschen runter. Okay. Jack ist ein Combat Instructor. Das ist a Combat Skill of Us as own. Hm. Okay. Also die könnten gut zusammenarbeiten. Können die alle. Nur er kann nicht kämpfen. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Drei können kämpfen. Ja. Ich würde sagen, starten wir doch mal so rein. Ich finde das ganz gut ausgeglichen. Farming ist jetzt hier nicht so vertreten. Aber okay. Vielleicht kriegen wir ja noch jemanden, der Farming kann. Ähm. Sie hat Liked Eater. Die wird nicht so schnell hungrig. Und Impassible Healer. Can fail in medical treatment. Das ist natürlich geil. Ähm. Die Familie haben wir dann nicht dabei, ne? Christa und Paulette? Nee. Husband of Vanessa. Vanessa kommt leider nicht mit. Ich hoffe, der ist dann nicht traurig, wenn die Vanessa nicht dabei ist. Okay. Würde ich sagen, starten wir. Mein Kater meckert im Hintergrund ein bisschen. Oh. Ich glaube, der würde gerne kuscheln. Ich stürze hier ganz schön ab. Ich hoffe, dass die Tarte cool ist. Oh. Das war laut. Das war sehr, sehr laut. Huch. Da kommen noch die Sachen an. Wartet mal. Wartet mal. Da sehen wir es. Da. Das fällt gerade alles vom Himmel runter. Bam. Okay. Kann ich Pause machen? Erstmal zum Orientieren. Ja, kann ich. Was? Meltdown, Katina. Katina heult. Ja, das ist ja traurig. Aber es ist ja auch kein Wunder, was hier gerade passiert. Das ist ja auch nicht gerade schön. Wir können hier, sehe ich schon, scavengen. Also wir kriegen hier Teile raus aus unserem abgestürzten Raumschiff. Hier haben wir Zeug, was wir uns holen können. Was ist denn das hier? Ist das alles von uns? Spaceship Depth. Ist das aber nicht. Ist das von uns? Okay. Was seid? Ja, hier ist die Fauna. Ich habe keine Ahnung, was gefährlich ist und was nicht. Wir können es handeln. Okay, wir können es fangen. Also jagen. Das auch. Bloated. Warte mal. Ne, das ist Bloated Insect. Was bist du? Auch. Okay, ist ja sehr niedlich. So blau und dann pink. Oh, noch ein paar Vögelchen. Was seid ihr, Süßes? Oh, das ist ja niedlich. Wie heißt ihr denn? Big Horned Animal. Wir wissen gar nicht, wie die heißen. Die haben gar keinen Namen scheinbar. Und die sind auch noch unbekannt für uns. Wir müssen die hier observieren, also beobachten, damit wir ein bisschen rausfinden. Wahrscheinlich auch, ob die feindlich sind oder nicht. Hier sind schon mal Kürbisse. Kannen wir die essen? Weiß ich nicht. Pointy Red Plant. Ich spiele halt, wie gesagt, jetzt auch zum allerersten Mal. Also wir müssen einfach gucken, was können wir essen, was nicht. Das müssen wir alles uns anschauen. Guck mal, das sieht doch aus wie Beeren. Ob die giftig oder gut sind, keine Ahnung. Ah, ist ein schöner Spot, finde ich. Wir können hier direkt anfangen, würde ich sagen. Hier haben wir ja alles. Also wenn das hier alles essbar ist, dann haben wir hier eine Goldmine. Ich würde sagen, ich baue hier mitten rein. Wir gucken mal kurz noch ein bisschen. Oh, hier sind die Klippen. Okay. Keine Ahnung, ob das später noch schwierig wird dann. Wir kommen hier gar nicht so richtig weg. Wir sind mitten auf dem Berg gelandet. Na gut, wird schon. Wir werden uns hier später noch die Karte angucken, erobern. Aber ich finde das eigentlich, ist schon eine geile Aussicht von hier. Hier bauen wir uns unsere Villa hin später. Das wird schön. So, zunächst mal. Ich glaube, zunächst sollten wir uns vielleicht... Was haben wir denn? Wir haben keinen Wut, oder? Ich glaube nicht. Dann sollten wir vielleicht mal hier cut. Ähm, zwar Trees. Wie mache ich das jetzt? Holt. Okay. Dann holt doch mal... Oh, ich kann den Bildschirm dann nicht mehr bewegen. Okay. Gut zu wissen. Ich kann es auch so machen. Oh. Den wollte ich gar nicht abmachen. Ja. Da geht schon alles schief. Kann ich mal kurz... Äh, den bitte nicht. So. Also wir können es einzeln machen. Wir können das hier mit den Orders machen. Und es überlassen. Ähm. Wir brauchen erst mal so bestimmte Sachen. Zum Beispiel Stockpile. Storage, ja. Aber zunächst... Wo baue ich denn? Warte mal. Hier. Shelter. Das sind so die Anfangsdinger, die wir haben. Wir können, glaube ich, erst mal nur daraus, weil wir keine Stickys und kein Heu haben. Also wir machen jetzt quasi aus dem Scrap Matter, aus unserem alten Schiff. Ähm. Bauen wir uns jetzt was Schönes. Wie drehe ich denn? Ähm. Cancel. Was? Rotate. Use. Air. Okay. Ähm. Ich würde sagen, wir wollen ja in die schöne Richtung hier gucken. Also spielen wir... Vielleicht spielen wir erst mal so rum hier. Das wird später eh noch schöner. Als das hier. So. Dann mache ich mal eins. Oh. Da stand, ich hätte das kopieren können. Das habe ich zu spät gerade gelesen. Na gut. Kater immer noch am Meckern. Wir können das hier direkt aneinander babben. Das ist ganz cool eigentlich. Das machen wir auch. Warte mal. Ist das richtig so? Ja doch. So. Das können wir ja schon mal auch anmachen. Und hier können wir mal scavenge. Damit wir auch gleich neue Materialien rankriegen. Ah, das wird schön. Ich habe voll Bock auf das Spiel. Erst dann, ich habe die erste Folge von Hirnsturz gesehen und dachte noch so, na, riesig nicht. Aber dann kam die zweite Folge und ich dachte mir, ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und jetzt, ja, habe ich mit meinem Partner drüber halt gesprochen. Und dann kamen wir auf die Idee, ja, doch, sollten wir uns holen. Ist eigentlich ganz nett. So, wir bauen jetzt gerade mal vier Betten hier rein. Damit alle schlafen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich auch einfach hätte kopieren können. Verdammt. Na ja, gut. Machen wir halt alles einzeln. Wie Noobs. Vier Stück. Vier Leute sind wahr. Perfekt. Dann hätten wir ja gerne noch Unshelter für die Rohstoffe an sich. Ähm, wo bauen wir die mal hin? Ich möchte eigentlich, oder bauen wir das zusammen. Wir können das auch zusammenbatschen. Und zwar so hier. Dann verschwinden quasi die Wände. Und dann haben wir hinten die Regale. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so möchte, ehrlich gesagt. Ob ich will, dass das eins ist. Ich glaube, ich würde das eher mit Abstand woanders hin bauen. Mh, wohin ist jetzt die Frage? Oder schlafen? Wir können das natürlich hier so daneben stellen. Okay, lasst doch mal hier mit ein bisschen Weg dazwischen. Und dann machen wir, glaube ich, diese Stockpiles erstmal, oder? Capacity in. Da braucht man nämlich gar keine Ressourcen. Ja, dann könnten wir erstmal das machen. Da braucht man keine Ressourcen. Wir könnten auch das machen. Da brauchen wir Holz. Wie viel passt hier rein? Provides storage space for resources cannot fit large construction resources. Und hier? Provides storage space for resources cannot fit large construction. Okay. Hm. Achso, aber da braucht man schon ganz andere Ressourcen. Guck mal, die Kiste können wir gar nicht machen, glaube ich. Da braucht es Metal storage. Aber wisst ihr was? Lass uns doch erstmal hier die Dinger machen. Ähm, Moment. Was kann ich pressen zum multiplen Ding? Holt Shift. Oh, nee. So will ich nicht shiften. Oh Gott, was ist das denn? Ähm. Das hat nicht so ganz geklappt. Das hat es gezogen. Okay, das ist ja interessant. Nee, ich will... Ziehen will ich gar nicht. Okay, so können wir es ziehen. So, irgendwelche Sachen standen hier gerade. Konnte ich jetzt aber gerade nicht gucken, weil ich verwirrt war. Jetzt ist es leider schon weg. Ach, hier steht, was wir so abbauen und so. Okay. Kann ich das nochmal irgendwie aufrufen? Warte mal. Was macht das? Keine Ahnung. Hier haben wir so Overlays, die wir ein- und ausblenden können. Zum Beispiel die Ressourcen oben. Die Porträts können wir auch wegmachen. Aber dann können wir die nicht mehr einzeln anwählen. Finde ich eigentlich doof. New Weapon. Waygun Sniper. Können wir, glaube ich, bauen. Denke ich. Ähm. Okay. Das sind Orders. Ah, okay. Und hier können wir Dächer ein- und ausblenden, wie ihr gerade seht. Die lassen sich erstmal eingeblendet. Finde ich eigentlich ganz nett, wenn man es alles sieht. So, ähm. Wir können mal anfangen mit Sachen erforschen. Hier, observier mal das da. Wir müssen ja auch wissen, ob wir Sachen essen dürfen. Und hier die Kürbischen. Würde ich gerne observieren. Ich hoffe, die Tiere da hinten tun uns nichts. Was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, direkt alles zu observieren. Wir lassen vielleicht erstmal so die zwei. Hier haben wir auch Wasser. Twisted Plant. Werden wir uns auch noch angucken, auf jeden Fall. Ich habe ein Enhancement. Mhm. Oh, warte mal, warte mal. Ich will mal den Vogel angucken. Ich möchte schon die Fauna mir gerne auch ein bisschen genauer anschauen. Okay. Das sieht aus wie eine Mischung aus Vogel und Echse. Okay. Liked and heat. Oh, eine Voiltorch. Okay. Shoppingblock haben wir hier auch. Eine Workbench wäre vielleicht mal nicht schlecht. Lasst uns doch mal... Also ihr seht, wir haben jetzt schon am Anfang einiges an Auswahl hier. Ich würde mal eine Workbench machen. Aus Holz natürlich. Ähm, sollten wir das auch überdachen, ist jetzt die Frage. Vielleicht ja. Warte mal. Ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob alles überdacht werden muss. Aus Rimworld-Zeiten weiß ich halt noch, dass es schon meistens besser ist, wenn sie nicht im Regen stehen. Was? Nanobot-Booster-Shot? Hey, listen. I just happen to have a handy little thing. An Nanobot-Booster-Shot. Well injected. Those nennies or whatever increase the horse's movement, manipulation and health. Ain't they handy? Now before you say anything, it's not a permanent modification. Also nicht permanent, wenn wir das benutzen. The little things dissolve in a matter of days and leave no trace. Interlässt angeblich keine Spuren? Wait, they do cause some pain in the meantime. But come on, it's totally worth it. Das klingt sehr nach, nach, äh, Drogen. Ganz ehrlich? Nee. Get rid of that. It's not needed here. Wir brauchen hier keine scheiß Drogen. Wir schaffen das auch so. Aber ich find's cool, dass es sowas, dass sowas hier existiert tatsächlich. Früher bei Rimworld hab ich sowas auch schon nie benutzt, auch bei Fallout nie. Ich. Nee. Das lassen wir mal. Ähm, hier würde ich vielleicht gerne den so Essensbereich machen vor die Hütten. Vielleicht schließen wir das eher hier ans Lager an, die Sachen, wo wir bauen. Ähm, ja, machen wir mal so. Wir haben gerade noch nicht genug, ähm, gescavenged. Machen wir hier mal auch noch rein. Drei von zehn hier. Was macht ihr so? Ihr transportiert Holz. Okay, ein bisschen liegt hier auch noch. Ah, guck mal, und hier ist jetzt Observing. Mal gucken, was wir dadurch herausfinden. Ich hoffe ja, dass wir die tatsächlich essen können. Ach, schön. Dann haben wir auch Science, aber dafür brauchen wir den Research Desk. Den würde ich gern auch wo reinstellen. Ähm, einen Campfire könnten wir auch mal bauen. Aus Grab Metal geht das auch. Okay, dann bauen wir mal das Campfire hier so vor die, vor das Haus irgendwo. Ähm, ist den dann warm? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist den dann nicht wärmer. Ähm, ich baue das mal hier so hin. So. In der Nähe der Hütten. Können wir uns da vielleicht schon irgendwas zu essen machen. So, ich hoffe, ich baue nicht zu viel. Vielleicht übertreibe ich es auch schon wieder maßlos. Also Holz haben wir jetzt ein bisschen. 55. Okay, das ist gar nicht... Wow. Von zwei Bäumen? Oder hatten wir schon Holz? Also das ja, das finde ich ganz schön krass, ehrlich gesagt. Der wird uns jetzt ein Campfire bauen. Hier, wir sehen es auch in klein, was die machen, oder? Der... Der macht Scavenging. Und was machst du? Observierst du, oder? Warte mal, wie komme ich denn da schnell hin? Okay, mit der Backtick. Ja, der observiert uns sie woanders, ne? Okay, sie guckt sich hier die Kürbisse an. Okay. Ist die Frage, ob das jetzt schon sinnvoll war, oder ob sie nicht lieber alle bauen sollten. Ähm, Prioritäten, gibt's das? Oh, hier kann ich Copy machen, okay. Aber ich glaube, ich kann das nicht priorisieren. Ich glaube nicht. Ähm, wir haben noch hier Manage. Da sollten wir mal schauen. Ähm, Active. Genau, hier können wir, wie bei Rimmert leider auch, Entschuldigung, die Rimmert vergleichen, werden nicht ausbleiben bei einem Spiel. Oder auch Going Medieval, ist ja auch ähnlich gewesen. Ähm, hier können wir halt quasi aufgrund ihrer Fähigkeiten sagen, was sie, ja, bevorzugt machen sollen. Wir können, glaube ich, auch diese, warte mal, kann ich auch Zahlen benutzen? Eigentlich, ich finde dieses Zahlensystem viel cooler. Habe ich eigentlich gesehen, wenn, warte mal. Hier, genau, das finde ich viel cooler gemacht. Jetzt müssen wir halt nur gucken, kann ich das, ja, das ging schon, das fand ich schon bei Rimmert immer scheiße. Dass man nicht gleichzeitig hier in die Fähigkeiten gucken kann und dahin. Ja, also der war vor allem Combat, ein bisschen Cooking und Physik, okay. Er war Crafting vor allem und intelligent, also der wird auf jeden Fall die Forschungen leiten. Die haben aber auch gar nicht schlecht Forschung hier und Healing. Okay, also Katina, vor allem die Heilerin, Grayson, Intellect und Construction, die beiden kämpfen. Okay, dann gucken wir nochmal in den Plan rein. Also, Katina ist vor allem Heilerin. Also hier auf eins. Ähm, Construction war vor allem Grayson, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, der glaube ich auf zwei. Ähm, dann kommen, haben wir hier Combat auch drin? Ne, sehe ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mit Combat. Crafting. Achso, Construction, Crafting ist Nummer eins, sehen. Ähm, das war jetzt auch der Grayson, ne, mit eins. Die, ihr könnt das gar nicht. Zumindest werden sie nicht vorgeschlagen. Ähm, jetzt mache ich nochmal kurz Hand und so. Wahrscheinlich dann auch eher die gut im Kämpfen sind, ne? Dann würde ich mal die beiden hier nehmen. Schon bald Schlafenzeit, glaube ich. Kann auch mal ein bisschen schneller. Obwohl, schneller bietet sich jetzt gar nicht so an, wenn ich hier noch gucke. Ähm, ach ja, die Intelligenz muss ich ja noch. Grayson war vor allem intelligent auch. Hm. Moment. Nee, den will ich gar nicht. Können wir uns aber auch gleich noch angucken. Ähm, wo ist der Research hier? Das war jetzt auch der Grayson. Oh Gott, der Grayson wird hier völlig missbraucht. Ähm, was kann denn Jack sonst noch so? Ein bisschen Healing. Ein bisschen Intellekt. Aber sie hat auch. Also die können wir auf zwei hinterher machen. Hm. Genau so. Hat jetzt einer nichts zu tun. Bei Cooking habe ich noch gar keinen eingeteilt. Und er hatte das Cooking, ne? Ja, er am meisten und die anderen ein bisschen. Ja, es ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit hier. Vor allem, weil ich immer nicht in die Fähigkeiten reingucken darf. Das ist ein bisschen nervig. So, okay. Was passiert hier noch so? Oh, sind sie hier fertig gewesen? Ne, noch nicht. Ist nur schon zu spät. Dann können wir mal ganz kurz hier in den Zeitplan gucken. Da können wir unsere Schlafenszeit noch eintragen. Oh, man kann direkt so machen. Das ist ja wunderbar. Äh, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben würde ich sagen. Was ist grau? Anything. Da können sie machen, was sie wollen. Und hier ist Work. Ähm. Ist da was? Hier machen wir mal auch einfach anything. Wir können so relaxen oder sonst was. Dann ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wow. Ähm, vielleicht machen wir ein bisschen mehr. Wie wisst ihr, war es hier? Die Mittagspause so. Hat Hörnsturz ausgemacht. Fand ich eigentlich ganz, ähm, ja, ganz nützlich. Äh, damit fange ich, glaube ich, noch nicht an mit Defense. Wir können jetzt aber mal, hier ist jetzt, ähm, fertig gebaut. Da können wir jetzt mal anfangen, ja, mit diesen ganzen Tischen. Dann zum einen wollen wir natürlich, wir können aus Holz oder aus Grab machen. Ich mach mal vielleicht aus Holz. Ähm, kann ich die so sich gegenüberstellen oder kommen die da nicht mehr ran, wenn die arbeiten? Das ist die Frage. Also wenn ich jetzt, warte mal, wird das halt so und so. Probieren wir mal aus. Mal das jetzt so machen. Und wo ist, wo ist denn der Dingens? Die Workbench. Ich glaube, dann können die da nicht mehr, die können nicht parallel dann arbeiten, ne? Ich glaube, das wird sich stören. Ja. Aber vielleicht müssen sie auch gar nicht parallel arbeiten. Ich baue den mal da hin. Erstmal. Die Workbench könnten wir vielleicht auch draußen hinstellen. Wisst ihr was? Mach nochmal weg. Die Workbench stelle ich jetzt einfach mal draußen hin. So, aus Metall können wir die gar nicht machen. Ähm. Wir können die einfach hier so, rechts dran. Das finde ich, glaube ich, ganz nett. Das ist wie so eine Arbeitsecke. Der eine da, der andere hier. Und dann, ich sehe schon, dass der Lagerplatz auch klingt. Oder nee, ganz anders. Wisst ihr was? Wir werden was machen. Dann bleibt der dann trotzdem da. Ja, den würde ich trotzdem so lassen. Und wir machen... Und wir machen... Ähm, hallo? Machen wir es aber so. Ah, jetzt muss ich mal gucken. Genau. Und hier nochmal dran. So. Ich muss mal mehr Tüsche hinstellen. Okay, das muss natürlich auch alles gebaut werden, ne? Oha. Ah, Schlafenzeit. Na dann, machen wir mal Vollgas. Noch hat uns nichts angegriffen von der Fauna da hinten. Noch sind die alle für sich. Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir spielen so bis 30 Minuten vielleicht. Also noch ein bisschen. Wir wollen uns ja auch ein bisschen was angucken. Aber bis jetzt, finde ich, sehr einfache Bedienung. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt das Tutorial. Gut, im Tutorial wird, glaube ich, noch mehr erklärt. Auch mit Kampf und so weiter. Ah, guck mal, jetzt regnet's. Und trotzdem können die... Ah, guck mal, jetzt meckern die nämlich, weil sie nass sind. Ja, wir müssen die Tische, glaube ich, wirklich darunter stellen. Das wäre schon nützlich. Ähm, die essen jetzt erstmal, glaube ich. Playful Quick Cups. Kann ich denn hier auch schon irgendwas... Nee, noch. Diese Merchandise-Ration. Quick Boy and Merchandise-Ration. Aber aus was? Hm. Ich weiß gar nicht, aus was die das machen, ehrlich gesagt. Ist das Einzige, was wir tatsächlich anklicken können. Machen wir's mal. Keine Ahnung, aus was die das dann nehmen. Einmal until forever, würde ich erstmal sagen. Achso. Machen die's aus den... Nee, das wissen sie noch nicht. Okay. Hm. Ja, die müssen jetzt leider auch im Regen essen. Das sollten wir vielleicht dann auch mal bei Zeiten, ähm... Ja, ein Shelter mit dem Tisch drunter bauen. Könnten wir hier dann daneben oder dahinter setzen. Aber erstmal bauen wir jetzt das da gerade fertig. Aber ja, das sollten wir machen. No Crude Research. Oh, ja. Wir müssen was aussuchen. Was erforscht werden soll. Research. Ich mach mal kurz Stop. Damit wir auch gucken können in Ruhe. Jetzt fühle ich mich immer so gehetzt dabei. Ähm... Oh Gott. Resources Power, Defense Constructions... ...und Break Truths. Hier können wir diese... ...dieser... ...Heu-Dinger machen. Sehe ich das richtig? With some culinary experimentation and involving chemistry, we could transform hay into... Ach so, aus Heu wird Essen gemacht. Das ist interessant. Hier gibt's einen Ballon. People are using the hot air balloons ineffizient. Okay. Einen... Ist das ein Wachturm? Ah, warte mal. Spaceship. Also wenn ich unsere Dinger hier abreiße, krieg ich mehr raus. Verstehe ich das richtig? Also, ähm... A bit of research. Hm. Construction Basics. Das hätt ich gerne, ne? Erstmal hier die Basics Hausdinger. Ja, das machen wir. Wir wollen gerne ein Häuschen haben. Construction of Building made of Wood, Stone and Squared. Ja, das wollen wir. Sehr schön. Macht der das denn jetzt? Ich hoffe, dass das jetzt damit enabled ist. Sehr cool. Ähm, ja. Wir müssen natürlich auch wieder hier anscheiden, sonst passiert gar nichts mehr. Hier werden gerade die Chalters gemacht. Das geht auch schnell. Guck mal, wie schnell das geht. Guckt im Merchants Evaluation. New resource. Das haben wir jetzt neu gekocht. Okay. Aber woraus? Was nimmt der denn dafür? Ich würde gerne mal... Hat der ein Inventar, wo ich gucken kann? Oh, warte mal. Smoke Inhalation. Huch. First camp. We put together a camp as quick as we could. Also wir haben schnellstens ein Camp aufgebaut. Konzeringen sind es die Circumstances. Also unter diesen Bedingungen hier. We are not sleeping in the dirt. We have a roof over our heads and a fire to illuminate the dark, uncertain nights. And the most important, we have survived. Wir haben überlebt. To us, this feels like an achievement worth honoring. Genau, das sollte geehrt werden. We can gather around the campfire and celebrate being alive at 19 tonight. Ja, klar. Los. Party. Party hard. Guck mal, der hat ein bisschen Schmerzen. Rechte Ei ist ein bisschen... Ach, der hat ein Visionsimplantat. Bionic Eye set functions as a normal eye. Okay. The occasional Marf functions cause migraines. Oh. Ich kann Migräne davon haben. Sehe ich das richtig? Ja, ein bisschen schade, dass alles auf Englisch ist. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar kein Englisch kann, aber... Manchmal hätte man dann doch gerne Sachen übersetzt. Okay, die ist immer noch... Wow, das dauert aber lange hier. Ist das jetzt langsamer erforscht? Auch noch nicht, aber fast. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Ja, deswegen haben wir ja gebaut. Warte mal, Dächer mal weg. Okay, wir brauchen nämlich mehr Lagerplatz. So. Und dann hier nochmal. Man braucht halt immer Platz, dass die da rankommen. Das seht ihr an den grünen Pfeilen. Ich kann sie gleich nochmal zeigen. Ist hier die Workbench. Da ist der grüne Pfeil, wie ihr sehen könnt. So. Und da müssen sie dann halt ran. Okay, dann haben wir jetzt eine Workbench gleich. Und unseren Researchtisch. Da muss halt auch mal einer ran. Oh, war aber auch schon jemand dran. Das ist schon 6%. Aber die sind jetzt erstmal am Essen. Das ist okay. Ist völlig okay. Erst erstmal Frühstück. Ist das im Zeitplan so drin? Oh. Neun. Eigentlich sollten sie jetzt arbeiten. Warte mal, ist es neun? Day? Zehn Stunden? Jetzt ist es zehn. Na gut, wenn sie zwischendurch Hunger haben, werden sie wahrscheinlich einfach essen. Besser, als wenn sie tot umküppen. Rain. Mensch. Hätte ich nicht gedacht, dass es regnet. Wie kommen die nur darauf? Wenn ich jetzt das Dach hier, dann sehe ich tatsächlich die Sachen da hinten nicht mehr so. Wir können auch mal ein bisschen näher ran und uns das mal richtig angucken hier. Ah, näher geht nicht. Das ist hier das nächste. Oh, Errungenschaft. On the origin of species. Wir haben eine Buttermelone entdeckt. Ist das eine Buttermelone? Sieht aus dem Kürbis. So, dann gucken wir uns doch mal an, was wir damit machen können. Ah, Temperature-Zeug. Was? Und Fruitbush auch. The plant is growing. Harvestable yield. Butterballin 40. Ähm, Faceshands. No failure at farming 3. Also, klingt so, als können wir es essen, oder? This local vine plant gives large edible fruits which have tough peel. It reminds me of pumpkins and melons, so I will call it watermelon. Süß. Also, wir können die tatsächlich, ähm, wir können die jetzt, äh, einmal halt, ähm, abernten und wir können die auch selber jetzt pflanzen, wenn ich es richtig verstehe. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, harvisten wir die doch einfach mal. Ich weiß nur nicht, wenn ich die jetzt harveste, kriege ich dann auch, ähm, Samen zum Seen. Das, ähm, das werden wir noch erfahren. Und was ist jetzt aus denen geworden? Die sind auch erforscht. Oh, da kommen nur Stickies raus. Outputland hat Sticks. Okay, also das ist sonst... Ne, hier ist aber Früchte. Früchte, Früchte. Hier. Früchte. Okay. Dann würde ich auch hier sagen, mal harvisten. Huch. Sehr schön. Haben wir ein bisschen was zu futtern. Sehr gut. Ja, research. Achso, wir haben ja noch... Das gucken wir jetzt noch kurz hier auf die Workbench. Was kann ich hier jetzt schon scraften? Bandagen. Aber nur die Sachen halten nicht. Ähm, Scrap Clothes brauchen wir dafür. Nochmal Bandagen. Animal Fats. Okay. 10% Chance to get Poisoning. Und Consumption. Und Clothes. Also noch kann ich gar nichts damit machen. Tatsächlich. Das bringt uns noch nichts. Wir könnten mal jetzt noch andere Sachen hier observieren. Das da. Und vielleicht auch mal die Bäume einfach. Hier. Machen wir mal den Busch da. Den Boatleaf Bush. Machen wir erst mal zwei. Interessant. So. Also das haben wir jetzt entdeckt. Celebration at 19. Ist es schon 19? Ich würde die Party gerne noch sehen. Lass uns mal die Party noch abwarten. Und dann machen wir nach der Party Schluss, würde ich sagen. Warte mal. Fängt gleich an. Fängt gleich an. Also lassen wir mal kurz auf der Geschwindigkeit. Ich will sehen, was die da machen um 19 Uhr. Na los. Wir haben übrigens gerade Frühling, sehe ich. Research sehen wir hier auch mit 47%. Wir haben 14 Grad draußen. Ähm. Campfire Sitting. Ist jetzt... Jetzt ist 19 Uhr. Also eigentlich geht jetzt die Party los. Aber irgendwie... will keiner. Muss ich dafür was machen? Ah, jetzt. Gathering for Celebration. Sehr schön. Hier. Jack. Bin da. Wo sind die an? Wo sind die denn alle? Einer fehlt doch hier noch. Ah, da kommt Grayson. Sehr schön. Uh. Na, da legt aber einer eine heiße Sohle aus dem Parkett. Ja, wir leben noch. Uh. Wir leben. Wir vier Leute. Mit einer Frau. Die Arme. Ich hoffe, wir müssen nicht versuchen, hier neu aufzubauen. Die Menschheit. Denn, denn... Autsch. Arme Katina. Okay. Ja. Das ist die schöne Party hier. Auch finde ich aber nett. Finde ich cool. Ich hoffe, sowas gibt es öfter. So, so... So Events, wo irgendwas gemacht wird. Voll süß. Habe ich bei RimWorld immer ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt. So soziale Sachen. Ich glaube, es soll ja dem nächsten RimWorld Add-On kommen, äh, wo tatsächlich sogar Babys gemacht werden können und so. Also vielleicht wird das mal ein bisschen sozialer. In... in vielen Hinsichten. Mal schauen. Jetzt geht's auf jeden Fall erst mal schlafen. Was? Whisper to Grayson? That the crash was intentional? Was? Interessant. Also wir können auch lesen, ähm, was die so erzählen. Und das war gerade seltsam. Grayson ist noch nicht ganz müde. Der geht dann gleich. Der macht noch seine Party zu Ende. Na gut, Leute. Dann, ja. Wollen wir doch mit diesem schönen Bild... Grayson geht jetzt auch schlafen. Die Folge beenden. Ich hoffe, diese erste Folge hat euch gefallen. Ich bin... Ich bin angefixt, glaube ich. Ich hab Bock. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wie sieht's eigentlich aus, wenn ich... Wow. Ich sollte öfter mal... Warte mal. Kann ich auch die Leute Namen aus... Ne, kann ich nicht. Okay. Zumindest sehe ich's gerade nicht. Ich wollte die Namen ausblenden. Ging immer nicht. Okay, wow. Ja. Mit diesem schönen Bild würde ich sagen, beenden wir die Folge. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser ersten Folge und dem Spiel haltet. Wie ihr es findet. Und ich hoffe, ihr habt Bock auf das Let's Play. So sehr wie ich. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Wow. Voll cool, damit der Sternschnuppe im Hintergrund. Ich bin begeistert. Oh, schön. Okay, ciao.